Zu viele Daten? Zu wenig Zeit zur Analyse? Keine optimale Datenqualität? Mit der integrierten Finanzplanung von Prevero organisieren Sie die Daten Ihres Unternehmens schnell und effizient. Ihre Gewinn- und Verlustrechnung sowie Ihre Bilanzen behalten Sie dabei zuverlässig im Griff. Mit Planungs- und Forecast-Prozessen entwickeln Sie kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven für Ihr Unternehmen. Dabei integriert Prevero auch die strategische und operative Perspektive und berücksichtigt die Teilpläne aus den Fachbereichen. Mit der automatisierten Datenbereitstellung führt Prevero Ihre Daten aus verschiedenen Systemen, Quellen und Abteilungen zusammen. Aufwändige Standardisierungsprozesse entfallen. Diskussionen über Reliabilität, Validität und Objektivität der Daten werden überflüssig. So können Sie sich auf Knopfdruck eine Live-Vorschau Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung und Ihrer Bilanzen erstellen. Dank der Bottom-up- und Top-down-Planung mit Statusüberwachung arbeiten Sie mit den entsprechenden Vorgaben und können effektiv dagegen planen. Dadurch benötigen Sie nicht nur weniger und kürzere Planungsrunden. Sie beschleunigen auch Ihre Planung und sind mit nur einem Tool immer auf dem Laufenden über alle Aktivitäten. Alle Daten im Blick. Alle Ergebnisse zur Hand. Weniger Stress. Mit der integrierten Finanzplanung von Prevero.